Das war knapp, knappes Timing, aber wir ziehen einfach durch. Scheiße, oh je, Moment, scheiße, es war zu schnell, ich hab den nicht beobachtet, was er gemacht hat, aber es wäre eh wieder kacke geworden, weil dann wäre er auch hier vorgelaugt. Gut, ich hätte mir hinterherlaufen müssen. Nein, ich Idiot. Okay, wir flüchten jetzt einfach. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Republic. Folge 5 müsste das jetzt sein. Wir stehen jetzt hier vor dem Rätsel, quasi, wir müssen jetzt in den Raum hier reingehen, da haben wir keine andere Wahl, denke ich. Und schauen mal, wie wir das gelöst bekommen. Ich hab, ehrlich gesagt, keinen kleinen Schimmer. Naja gut, das hatten wir schon. Ähm... Es hat halt irgendwas mit diesen Bildern zu tun. So, los geht's. Ehrlich gesagt, keinen richtigen, weil ich weiß halt, wir haben uns letztens rausgefunden, dass wir die rumdrehen können. Hier gibt's schon halt was zu entdecken. So... Before we can look to the future, we must look to the one who will lead us there. Before we can look... Hm. 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 Okay. Wir könnten jetzt hier wild hin und her drehen, denke ich, aber... Weiß nicht, ob's das da am Ende bringt. Die hört man noch nicht. Oh. Ja. Kann's doch da hingehen. Vielleicht müssen wir mit der da irgendwas an den... an den Bildern machen. Kann die da irgendwie was tun? Nee, kann sie nicht. Ähm... Tja... Am besten wär's... Puh. Ich weiß auch nicht so richtig. Leute, ich hab keine Ahnung. Ich glaub nicht, dass es das ist, dass wir jetzt alle hier sinnlos rumdrehen. So, was ist das mit dem auch noch? Der schlaufe der Unionmann, die verbraucht mehr Zeit, unter dem Schadenboden zu verlassen. Zumindest kostet's keinen Strom. Das ist ja schon mal... positiv. Können wir hier so viel hin und her drehen, wie wir wollen. Hm. Sieht man vielleicht von hier mehr? Ne, eine versperrte Tür. Diesen blöden Kamin. Geh mal zum Führer. Aha. Da hat's gerade eine Tür angezeigt. Habt ihr das gesehen? Da. Aber die kann da nicht durch. Die war mir angenehmer. Ah, da stand ja irgendwas. Von, von Luke. Und da ist der Führer. Moment. Ich hab da eine Idee. Aber ich sag's mal lieber noch nicht, weil ich mich nicht blabieren würde. keine Ahnung hab. Huh. Ja, also die müssen quasi alle zum Führer schauen. Ist doch gar nicht so schwer, wenn man mal... Da stand irgendwas von The Must Look, bla, um halt in die Zukunft zu kommen. Oder in die Zukunft geholfen zu bekommen. Gut, jetzt kommen wir hier durch. Schön, schön, schön. Rätsel gelöst. War doch gar nicht so schwer. Ui. Was? Was ist hier los? Wo ist da jemand? Hier. Sind jetzt in dem Raum. Mhm. Ist das Ding wieder zu? Ja. Okay. Schauen wir mal, was hier abgeht. Zwischen McKenzie. Der Animateur. Und Bridaux. Keine Ahnung. Ich bin scheiße im Französisch. Komm raus, Kind. Es ist leicht auf dich selbst. Äh. Ne. Ich möchte nicht. Ich möchte nicht. Gehren. Äh. Zurück. Zu ihr. Äh. Gucken wir mal, können wir hier was tun schon wieder? Ne. Wir haben nichts. Ich glaube, dafür können wir nichts kaufen. Das wäre total toll. Aber das ist zu teuer. Und... Das wäre auch gut, aber es ist auch zu teuer. Ja. Dann hätten wir das schon alle Licht. Äh. Die Kiste kriegen wir nicht auf. Das Ding kriegen wir auch nicht auf. Äh. Hahaha. Hier ist offen, oder? So, von anderen Seite schauen. Was ist das? Ja, da kann sie doch weiter. Oh. Was ist denn das? Äh. Äh. Da hat irgendwas geblinkert, oder? Ja, nimm das mal mit. Wieder so ein Buch. Äh. Was ist das? Uh. Yeah. Leute, wir haben es geschafft. Endlich können wir Stufe 1 alles öffnen und so weiter. Oh, da gab es nochmal einen Rückblick. Schön. Tadaa. Juhu. Jetzt bräuchte ich noch einen Schraubenzieher. Und so weiter. Hä? Oh. Oh. Falsche Tasten. Ähm. Was haben wir jetzt mit dem Guitar eigentlich noch? Das neue Buch. Schweine. Die Republike. Eine republike. Eine republike. Es ist ein kurzer Schritt von dieser Fiktion, um zu erinnern, dass du nie die Farbe deiner Beine liebst. Dieser ist in einem Käse. Schön gemacht. Du bist ein cooler Kunden. Jetzt hast du das Omni-Software-Update, um die Tür zu erinnern. Ich habe gesagt, ein neues Wegpunkt, um dich zurück zu dem Atrium zu führen. Bevor ich zurück zu dem Atrium gehe, ich empfehle, ein paar Omni-Abilities an diesem Terminal zu erinnern. Hm. Ich glaube nicht, dass das Buch jetzt so viel gebracht hat, dass wir das jetzt machen können. Willkommen in meinem Domain. Ich sehe nichts, was du möchtest. Any time. Aber diese Tür kriegen wir auf. Sehr schön. Das geht da hin. Tada. Sehr schön. Ein Draumdreher. Stürzt dich drauf und Geld. Nimm das Geld. Nimm das Geld. Nimm das Geld. Aber sie sind flimschig und werden oft verbrechen. Hoffentlich gibt es mehr als eine Lange. Ja, das hoffe ich auch. Nimm das Geld. Mittel. Da liegt Geld. Fertig. 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 Hey Dolores. Yes, lock the door behind him. I don't want to see Mr. Treibler's off anywhere near this building again. Do you understand? What the hell? No, I'm here. No, he left something on my desk. No, I don't think we need the bomb squad. It's a... a pin. It's just a... like a lapel pin. So... Okay, Leute. Ich bin noch da. Ich wollte bloß nicht dazwischen quatschen hier. Man, relativ lange Texte. Ja, ansonsten gibt es hier glaube ich nichts zu holen. Da können wir uns jetzt daran machen, hier unten mal mit dem Schraubendreher das Ding aufzumachen. Ja, das macht sie gleich automatisch. Sehr schön. Und weiter geht's. Uh, 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 uh. Gefährlich. Gefahr. Oder ja, geh. Geh auf jeden Fall hier hinter. So. Was haben wir noch im Inventar? Hm. Zeigt nix an. Gut, schauen wir auf die Karte, wo wir hin müssen. Hä? Genau hier. Da hinten war wir jetzt. Da kommen wir nicht weiter wohl. Tja. Das können wir hier durch halt. Das konnten wir vorher nicht. Da mussten wir uns erst den Umweg hier bahnen. Ich weiß halt nicht so richtig. Hm. Bis jetzt wirklich nur dahin. Schauen wir mal, was da ist. Äh. Nur mal die Kamera. Hat ein Batterie-Pack dabei. Hm. Wäre es ja fast eine Überlegung, wert, den mal zu beklauen. Tja, aber eigentlich brauchen wir nur... Weißt du auch nicht. Ich denk mal, wir müssen schon hier weiter. Können die Tür ja schon mal öffnen. Ähm. Gehen doch noch mal zu der Kamera. Kann die da durchlaufen oder nicht? Ne, natürlich nicht. Dann wäre es zu einfach. Dann soll die sich mal da runter bewegen. Und hier die Kamera, von der wir das günstig aus beobachten können. Ja, die ist toll. Man kann hier hier durchkriechen und hier hinten rum. Dann sind wir aus dem Gefahrenbereich erst mal raus. Gut, lassen wir es mal weiterlaufen, dann wenn man hier rumläuft, wieder hoffentlich. Dummdi-dum-di-dum. Na, macht schon. Ja. Jetzt wärs günstig, oder? Nein. Ja doch. Schnell. 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 andere kamera da steht die scheiße hier rum ok das hätten wir schauen wir mal auf die karte mit wirklich überhaupt richtig sind ja wir müssen jetzt halt hier wieder zurück wie es mir dachte dann bestimmt hier rein da waren wir ja noch nicht dann geht es hier hinten um weiter oder vielleicht hier ja das schauen wir uns jetzt an schauen wir noch dahin dass uns hier nicht gleich jemand überrascht hinter der tür das sieht erst mal gut aus kannst du gerne mal rauskommen dich mal hinter diesem wenigen verstecken sehr schön machst du das gut ja leute wir schleichen uns voran denke ich nun müssen wir wohin denn wohin denn wohin denn ich habe es schon vergessen wir haben sind genau in dem vorbei wo der rum steht ok der wird sich hoffentlich noch ein bisschen bewegen dann jetzt hoffentlich mach schon läuft er auf uns drauf zu gefällt mir natürlich nicht okay los geht das wachsen ab knappes timing wir ziehen einfach durch moment scheiß es war zu schnell ich habe den nicht beobachtet was der macht aus wäre wieder kacke gewohnt meiner männer auch hier vorgelaugt gut ich hätte mir hinterherlaufen müssen nein okay wir flüchten jetzt einfach das gehe ich hin stecken und sind so noch pflanze das ging noch hier irgendwo hier oben schnell schnell klappt das jetzt ich denke nicht oder blüten tauschen doch geh weg hau ab vielleicht mir in ruhe ok cool ja so hier können wir das ding wieder ausschalten das kostet aber Strom. Gucken wir mal vielleicht ohne vorbeikommen. Was sagt die Karte eigentlich? Gucken wir nochmal. Wir haben es jetzt hier rum und dann da rein, wie ich es mir dachte. Okay. Der da unten war schon wieder knapp, dass er uns fast gesehen hätte. Mal auf die Kamera. Ja, so kommen wir da nicht vorbei, oder? Geht es da hinten rum? Nee. Ich muss durch das Ding, weil sonst komme ich ja nicht an dem vorbei, oder? Hier oben rum. Nee. Nicht, dass ich wüsste. Okay, dann schalten wir das Teil doch mal aus. Das ging von hier. Dann kannst du gleich mal hier rumschleichen. So. Naja, es ist alles völlig normal hier. So, dann kannst du mal hier her schleichen. Ach, komm, wir gehen gleich rum. Wir sind so mutig. Stopp. Kamerawechsel. Okay. Ich denke, das hat funktioniert. Wenn die jetzt noch da runter geht. Da stehen bleibt. Jetzt wieder Kamera wechseln. Ein hin und her. Ja, nee, hier können wir einfach aufmachen. Fein, fein. So. Können wir jetzt da auch reinschauen. Ja. Nicht, dass wir hier ins Verderben rennen. Da scheint es verdammt dunkel zu sein oder so. Irgendwas stört das Kamerabild. Gut, dann kommen wir hier schnell her. So, Mädel. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt schon aufnehmen. Wo sollen wir jetzt hin? Darunter. Ich würde aber gerne noch hier reinschauen, was es hier gibt. Was ist jetzt links von der gutsten? Also, hier ist quasi die Tür. Kann ich hier reinschauen. Ja. Noch ein Speisesaal, der verdammt dunkel ist. Ja. Keine Kamera, ist nichts in Sicht. Ja, wir gucken. Nein, nicht schließen. Du sollst hier herkommen. Und hier mal reingucken. Ist das da vielleicht verbessert? Der Ausblick in diesem Raum. Ja. Sehr fein. Ich würde da gerne irgendwas noch finden. Da haben wir noch eine Tür, oder? Ein kleiner Durchgang. Ja, da schauen wir noch rein. Was haben wir hier? Da kann ich auf jeden Fall was aufheben. Wieder ein Buch. Da kann man noch was abhören. Ja gut, aber ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, ich hoffe, euch hat es gefallen in der Republik, die wir erst gelernt haben. Und ja, habt noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut, Leute. Tschau. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020